Okay. So rum war es. Gut. Wie gesagt, das war jetzt wirklich diese Geschichte. Wir können das mal versuchen, uns von der anderen Seite anzugucken. Das wäre Geschiffte. Da. Ich meine, es sieht schon ganz geckig aus mit dieser Lava und allem. Die Sache ist nur die, dass es halt ganz schön nach hinten losgehen kann. So. Gut. Gut, gut. Okay, da oben. Da oben. Ja, da ist jetzt die Frage, was ich da eigentlich erreichen will. Ich muss auf jeden Fall aufpassen mit diesem Schotter. Wenn von da oben Lava kommt und hier Schotter ist, dann kann es sein, dass ich den Schotter antitsche und dann läuft hier überall alles mit Lava voll. So, deswegen würde ich hier fast mal probieren, ob ich hier nicht etwas von der Lava entsorgen kann. Ich finde es eben schön nach oben. Okay. 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 So, wir wollen die ja nur in geordnete Bahnen lenken, das ist ja schon alles. Ich will die ja gar nicht komplett abschaffen. Ich will die einfach nur hier ein bisschen in geordnete Bahnen lenken, damit ich selber... Ich weiß noch nicht, ob ich das so wollte. Okay, das war jetzt ein bisschen zu übermütig. So war das. So, mach mal nicht zu. Okay. 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 Das war jetzt eine riskante Aktion. Okay. So, von da oben irgendwo kommt da Lava rein. Eigentlich... Hauen wir dich mal weg. Würde ich da schon ganz gerne irgendwie hin. Ich würde schon ganz gerne herausfinden, wo diese Lava herkommt. Aber das sehe ich jetzt nicht, dass ich das jetzt mal spontan mache. Okay, und hier hinten, da wären wir einmal komplett außenrum. Den finde ich eigentlich ganz geckig. So, dann würde ich hier vielleicht nochmal sagen, komm, hier kommt die Fackel hin. Dann hauen wir hier weiter. So, dann machen wir hier mal die Zweier nochmal weiter. So, dann machen wir hier mal die Zweier nochmal weiter. Ah, den wollte ich ja eigentlich gar nicht weghauen. So, der muss noch weg. So, dann kommt erst der weg. Dann der. Dann der und dann der. Dann kommt der wieder weg. Und der. Und der. Und der. Dann kommt der wieder weg. Und der. Und der. Und der. Der wieder weg. Und der. Und der. Und der. Kommt der weg. Und der. Und der. Und der. Und dann kann man hier sagen, der kommt weg. Und der kommt weg. der kommt weg der kommt weg der weg der weg der weg der weg so können wir hier mal gucken der ist der weg der 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 da 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 da. So, der muss auch noch weg, weil sonst passt es nicht. Dann muss der weg, der da unten kann auch weg, der kann weg, der muss weg und der muss weg. Der da und der da, der da, der da, der sowieso. Habe ich jetzt Silber. Zinn, okay. Äh, Zinn. Alles klar. Dann haben wir den da und den da. Den da, den da, den da, den da, den da. So, der geht immer noch weiter. Muss der und der da weg. Der, 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 der kann sowieso weg. Der kann weg, der kann weg, der kann weg, der kann weg. So, dann müsste der hier auch weg. Passt. Der kommt weg, der kommt weg. Der kann weg, der kann weg, der kann weg, der kann weg. Der kann weg. weg, und ich habe schon wieder keine Spitzhacken mehr. Aber die gibt es ja zum Glück immer ganz schnell. So. Der kann auch weg. Der da, der da. Der da. Und noch einer. Dann hätten wir das sogar, dass wir hier sagen, äh, äh, wunderbar. Okay, dann könnte man hier jetzt nämlich wirklich sagen, sieben. Zack und zack und zack und zack. Und dann kommen wir hier sogar ums Eck. Und dann haben wir das einmal umrundet. Haben wir es wirklich einmal umrundet. Das ist jetzt so was, was ich jetzt halt riskieren müsste. Dann wissen wir immer noch nicht, wo kommt die Lava da oben her. Okay, und ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich da irgendwo hin, vielleicht da drüben. Also jetzt machen wir erstmal so ein paar Lücken wieder voll, ne? So. Du kannst voll werden. Du kannst voll werden. Ähm. Dich können wir eigentlich auch mal voll machen. So. Können wir dich auch mal voll machen. Da könnte man theoretisch auch was machen. So, dann würde ich mal hier das Zinn einsammeln. Okay. Die sind auf jeden Fall beide erledigt. Dann können wir die noch voll machen. Okay. 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 So. Und raus hier. Ah, da ist gar nichts. Da läuft zumindest erstmal nichts runter. Aber es leuchtet. Das heißt, vielleicht sollte ich mich mal hier hocharbeiten. Also darüber, darüber. Wie gesagt, es leuchtet. Und mein Inventar ist auch schon wieder voll. Okay, und hier sieht man auch schon wieder. Dass hier irgendwas irgendwie langläuft. Das will ich jetzt noch nicht machen. Wenn ich jetzt die Kohle da weg mache. Okay, warte mal. Da vorne ist ja... Die ist näher. Die Box. Die Kiste da drüben ist näher. Dann würden wir... So. So. Wir können dich eigentlich alles mal wegtun. Dich sowieso. Und dich auch. Und dich auch. Und dann können wir dich wieder zurücknehmen und dich wegtun. Und wegtun und wieder herholen. Und der Schotter ist mir eigentlich gerade egal. Und dann... Also was wir halt wirklich könnten, wäre da oben... Ja, da müsste ich mal gucken. Für mich sieht es so aus. Ja, es sieht so aus. Aber es ist nicht garantiert. Als ob es da oben eben weiter geht. Was wir halt mal machen könnten, wäre da drüben zu sagen... Mal abgesehen davon, dass ich hier natürlich... ...mich an manchen Stellen... ...einfach von oben runter arbeiten kann. Gut. Da nicht. Da auch nicht. So. Was halt mich ein bisschen stört ist... ...die Höhle geht nach oben innen. Das heißt... Das bedeutet doch... ...das kann nach hinten losgehen. Also ich meine... ...wir müssen... ...wir müssen ja eigentlich nicht. Also ich bin jetzt hier auf dieser Plattform... ...da sind wir ja jetzt runter gekommen. Wir müssen ja jetzt nicht auf der Ebene bleiben. Wir können ja theoretisch... ...hier runter kommen... ...hier landen... ...da sind ja 1, 2, 3... ...äh... ...war das Mitte oder Äußeres? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hier... ...1, 2, 3... ...passt schon... ...1, 2, 3... ...und dann können wir ja theoretisch sagen... ...ok... ...hier geht es weiter Jungs. Hier haben wir eine Kiste... ...da haben wir Platz... ...und... ...hier... 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 ...und hier... ...gehen wir weiter in die Tiefe. So, das war jetzt... ...leichtsinnig... ...muss ich sagen. Zack, zack... ...und weiter.